Hallo und willkommen wieder zu Saints Row mit Schlongs. Ja, das passt doch wie die Panzerfaust aufs Auge. Ja, sehr gut. Machen wir die Tür auf. Und machen gleich den nächsten, kannst du vielleicht Bargeld abheben? Den nächsten Auftrag. Oh, das ist eine gute Idee, Bargeld abheben zu gucken. Nein, kann ich natürlich nicht. Machen wir jetzt die Angel-Aufträge zu Ende? Ja, wir haben hier letztes Mal mit dem Oleg angefangen, glaube ich. Aber da haben wir ein leichtes Verbindungsproblem. Deswegen machen wir das nicht mehr. Glad you called. If you're gonna be taking on the luchadors, you need to be ready. I'm always ready for a fight. I'll be the judge of that. Think I can handle myself. Come to my gym and we'll see. Ah, keine Ahnung, ich seh dich gar nicht. Ich seh dich echt nicht. Also, ich seh deinen Balken, der neben mir ist. Und wie du nach vorne fährst. Also den Balken. Du fährst so schlecht, das wird zensiert. Ah, jetzt seh ich dich. Ja. Ich fühl diese tolle Samba wieder. Diese tolle Samba. Haha. Ja, wir haben uns den Soundtrack schon auch genug angehört. Oh, ja. Der war gut. Der ist immer noch gut. Warte auch gleich auf mich. Ja, ich hab mal eben. Das ist gut. Überfahre nicht mehr so. 200. Oh. Ich fahr mich um. Ja, ich stand da. Selbst schuld. Ich bin da. Ich bin da. Hier bin ich. Ich bin da. Echt? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wie lebst du in dieser Schuhe? Deine Erinnerung darüber zu mir, was Killbane aus mir ist. Das hält mich in der Schuhe. Das hält mich in der Schuhe. Das hält mich in der Schuhe. jetzt geht es so you hate discomforts that's the sort of weakness to doors will capitalize on unless you harden up cool being question but don't worry I'll chisel you out of time now by making you experience of worst pain imaginable no come on it's time for you to play in traffic Warte, warte, was? Oh, alter Schwede. Wann das irgendwie 3000? Wie kann man nochmal... ...davor ein Auto? Äh, Leertaste. Ach, lass die Sonne raus. Ich bin einfach nur zu langsam. Oh nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt! 5000! Alter! Was war auf die Taste? Oh! ...500... ne, 500... ...wohu! Wuhu! Ich bin schön in die Luft geflogen. Ich auch. Na toll. Na toll! Hier ist schon Stau! Gibt's hier noch ne andere Kreuzungen? Oh, und ich fliege! Ach, wir müssen noch Adrenalin aufbauen! Ja? Wie denn? Weiß ich nicht. ja ich bin ja schon bei der anderen kreuzung aber hier ist nicht viel los kann ich dich vielleicht auch umfahren 409 hier sind echt so gut wie keine autos warte ich versuche dich mal zu überfahren 36.000 klingt das was das war jetzt nur 1.500, 3.200 4.000 los 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 wo bist du ich komme ja bitte 6.900 das schaffen wir noch du musst dich auch nebenbei noch von anderen mit überfahren lassen ja wenn wir welche fahren würden das brachte nicht so viel ich muss mich im frontal treffen und mich mitschleifen am besten wie viel hat das gebracht warte mal bleib einfach mal liegen ich schleife nicht mal mit fahr einfach weiter fahr einfach weiter wird eng jawoll wie du fliegst wie du fliegst ja das war eine sehr schöne sache ich weiß schon genau was ich morgen mache versicherungsbetrug du hast mich umgefahren ich muss mal eben ganz kurz wo ist es denn jetzt da ich habe nämlich muss ja noch die zeit messen wie lange wir so in etwa aufnehmen ja echt brauchst du einen chronographen oder einen chronometer stoppuhr auf meinem auf meinem handy ist stoppuhr und so komm her baby ich nehme schon mal meinen auftrag beziehungsweise ne ihr habt kein geld bei mir oh amokfahrt amokfahrten sind toll ja das hast du sehr gut gemacht die jahre 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 das sind wir hey hast du gut gemacht ach wie geil wir haben mit leuten autos um bonuszeit zu erhalten ach du fährst ich muss so hinten drauf sitzen du bist zu früh abgewogen ja da war doch ein pfeil bei mir war der direkt hier vorne ups das war kein pfeil ich kann alles möglich umfahren nur einen kleinen baum nicht nein auch wieder zu früh der wurde dabei angezeigt das kann ich jetzt dir druck die autos um das kann ich jetzt ich muss sie gucken 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 alles was sie für sie ist ja ruhig oh das war die politesse hau alles um alles halt halt die autos nicht auf der straße bleiben jawoll mit einem quack gegen ein lkw jawoll nimm die menschen mit nimm die menschen mit steig auf die menschen fangen sofort an zu brennen weiter 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 die wir wollen du musst auch ein aber Was ist das? Was ist das? Respekt, du wirst es wissen. Ja, ja, ah, gut. Okay. Lass uns das schon mal wieder mal aufgeben. Auge des Tigeres. Ich hole eben ein, äh, mein Fahrzeug. Ich bin 500 Meter. Okay. Ja. Hey. Hey. This time, all I want you to do is drive around. Yes? You're going to teach me. To master your fear. There should be no fun. Yes, he can't. Und runter. Nein, die explodieren nicht. So. Mal gucken, was jetzt vor ist. Oh, oh. Fahrrad schnell und sind da deine Tigerin. Das erinnert mich an irgendeinen Einzelnen. Wow. Au. Ja, ja, wenn der Tiger mich beißt. Aber wir werden gerammt, ne? Hinten raus. Hinten raus. Wo ist der Tiger juckt und kratzen vorsichtig. Oh, 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 oh. Da kann ich nichts gegen tun. Ja, macht ja nichts. Ich muss den Tiger noch kratzen. Ich muss den Tiger noch kratzen. Weil den Tiger irgendwie kein Job ist. Der muss sich nur hygienisch einfach rausheben. Ach, fahr ich doch nicht weiter. Hey, Kater. Ich hab auch keinen Tiger. Halt den Tiger abgelenkt. Ich musste jetzt einmal... Oh, was hat den Tiger? Baby, los. Wow. Just leave me in my Tiger alone. Just leave me in my Tiger alone. Just leave me in my Tiger alone. Oh, toll. Da ist das... Autowagen einfach abgebogen. Hey, Stan. Oh. Stan. Bam, 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 bam. Du hast sie ordentlich gelassen. Bam, dad, dad... Äh, dad, dad. Wo ist mein Auto? Auf jedenfall nicht auf dieser Seite hier. Kommst du? Ich hab' hier ein Motorrad. Ist denn ein Auftrag? Skosh. Stell dich deine an! Nein, warte auf mich! Meine Limousine soll die Zeit nicht seine Abkürzung! Ha! I'm still walking! Jetzt konnte das nicht mehr da reinschieben. Ach schade, ich dachte wir müssen da reingehen. Ich habe einen Tiger! 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 Ich habe einen Gedanken verloren! Was ist mit dir passiert? Du bist bereit für Killbane, aber die Luchadores müssen immer noch mitbekommen. Du wirst mich nicht mehr trainieren. Das ist ein Tiger! Nicht sehr synchron! Speichervorgang! Ja, Speichervorgang! Gute Idee! Spiel speichern! 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 Ich finde nicht genügend freie Speicherplätze! Speichern! Ja, überschreiben! So! Jetzt können wir aber Geld abheben! Komm schon! Ja! Ja! 25.000! 26.000! So, dann haben wir das jetzt auch geschafft! Wow! Und dann würde ich sagen, dass wir in der nächsten Folge mit Orlek weitermachen! Jo! Orlek und Orlek! Das wollte ich auch gerade sagen! stolen ARKUP! Also, schaltet das nächste Mal ein, wenn es heißt saints roe the Third! mit den Schlaff. Oh ja. Tschüss. Schlaff gut.